Hallo liebe Camper, ein herzliches Willkommen bei uns auf dem Kanal, Mika Caravan in Dingesbühl. Ich habe heute ein kleines Fertigstellungsvideo von unserem Carthago, wie wir es fertig gemacht haben, was wir da ja gesagt haben, ich zeige euch das nochmal, wenn das ganze fertig ist. Der ist jetzt fertig, den zeige ich euch, dann haben wir einen Ahorn in der Werkstatt und einen Chanson, wo wir richtig umbauen. Den Chanson haben wir ein bisschen mehr zu tun, auch ein bisschen Schönheitsarbeiten, verbauen wir wieder zwei Wechselrichter mit Lithium-Akkus und und und, also volles Programm, was wir da wieder gerade haben. Dann haben wir ein großes Kastenwagenprojekt vor uns, da ist der Kunde schon da, den kriegen wir morgen, nehmen wir morgen entgegen, der wird für nächste Woche drin sein. Also da geht es richtig zur Sache, bei uns hier passiert richtig was, also da sind wir richtig glücklich drüber und da können wir richtig was tun. Ihr seht schon, ich habe eine dicke Jacke an, es ist echt kalt mittlerweile draußen, gerade wenn man um die Uhrzeit dann nur draußen ist und ein schneller Video macht. Aber muss einfach sein und den Carthago, den habe ich eben schon rausgefahren heute Mittag, weil wir getestet haben, wie die Solaranlage geht und, also da muss ich sagen, die Active Fire, aber ihr wird es dann gleich hören, echt top. Also gefällt mir richtig gut, was da runterkommt, macht richtig Spaß. Also es ist echt eine tolle Sache. Und wie immer erinnere ich euch nochmals an unsere Spendenaktion. Nächste Woche setzen wir uns ins Auto und fahren am Samstag los, also sprich Freitag spät abends und fahren Richtung Arntal oder so wie das heißt und da treffen wir uns dann mit ganz lieben Campern und werden unsere Spende übergeben. Also eine Woche habt ihr nur die Möglichkeit hier richtig was zu tun und ich blende es euch noch mal ganz kurz ein. Hier seht ihr das und die Kontonummer ist natürlich auch dabei. Heute haben wir auch schon wieder ganz, ganz liebe Spender da gehabt, die hier fleißig was reingeschmissen haben. Also richtig mega, ganz lieben Dank dafür. Wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar dafür und ja, kann man sagen, warum seid ihr da so engagiert? Weil ich es halt einfach für wichtig finde. Ich denke, wenn mir so ein Schicksal ereilt, denke ich das auch immer toll, wenn es Menschen gibt, die dir helfen. Und auch ich erlebe es hier, dass uns immer wieder Menschen helfen in den verschiedensten Situationen und es ist ein bisschen Karma. Gib was Gutes, bekommst du was Gutes und da müssen wir uns einfach engagieren. So, ich würde sagen, genug geschwafelt. Ab in die Werkstatt und gucken, was da abging. Bis gleich. So, jetzt sehen wir hier die Solaranlage vom Carthago. Hier haben wir die 90 Watt, das 90 Watt Modul verbaut und auf der anderen Seite haben wir hier noch einmal ein 90 Watt Modul verbaut. Sehen wir hier. Und dann haben wir hier hinter der Klimaanlage noch mal eins verbaut und da vorne natürlich das 70 Watt Modul. Und also ich muss wirklich sagen, die Active Fire, die sind richtig genial. Also was hier an Leistung runterkommt, ist schon echt geil. Also das macht richtig Spaß. Da hat man richtig Power. Und wir haben heute mal geschaut, obwohl hier die hintere Platte, die da hinten, im Schatten war. Und die zwei Fottern haben aber gepowert. Aber es war halt ein bisschen bewölkt und die Sonne war nicht wirklich so hundertprozentig da. Also unsere Anlage hat in dem Moment schon mal 7, 8 Ampere runtergeschossen. Und die kleine Anlage, die hier, die hat, ich müsste jetzt lügen, die war auch teilverschattet. Da kamen gerade mal, ich glaube, 0,5 Ampere. Müssten wir jetzt mal ausprobieren, wenn es dann richtig in der Sonne ist. Aber das Ding ist schon richtig gut. Und ich glaube, da hat der Kunde richtig Spaß. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz ins Innere. So, so schaut es jetzt im Innenraum aus. Hier haben wir die zwei Lithium-Batterien dazu und also die zwei Superbase in der Kombination mit den anderen zwei im Elektrokasten. Da schauen wir gleich noch mal rein. Und hier haben wir unsere drei Solarregler verbaut. Also der zeigt sogar jetzt hier 0,02 an. Das ist witzig. Selbst jetzt kommt noch ein bisschen was. Und die haben wir hier verbaut mit hier den ganzen Bluetooth-Empfängern. Alles schön sauber beschriftet, wo wir dann dementsprechend alles verkabelt und angeschlossen haben. Wir haben das Fach genutzt, weil der Kunde gesagt hat, das braucht er sowieso nicht. Da haben wir das schön sauber installieren können als Erweiterung, weil das ist ja nicht ganz so einfach. Man braucht halt ein bisschen Platz. Die Geräte brauchen Platz. Und dann muss man natürlich hier unten die ganze Trittstufe hier auseinander machen, damit wir da alles schön reinkriegen und dann eben vor zum Elektrokasten legen. Und dann haben wir natürlich noch dazu hier unsere Anzeige gemacht. Genau, halt, stopp. Da wollte ich hin. Hier haben wir unsere Super-B-Anzeige dementsprechend verbaut, wo ich ja gesagt habe, das haben wir hierher platziert. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Moment, hoppsa. So, jetzt sehen wir es im Ganzen, weil da oben war ja schon voll. Da war kein Platz mehr. Somit haben wir es jetzt da unten reingekaut. Und da, glaube ich, schaut es auch richtig edel aus. Da sieht man alles auf einen Blick. Da kann man schön drauf schauen und sieht sofort die ganzen Akkus. Und man kann natürlich auch auf die Bank schalten und dann sieht man jetzt im Einzelnen sofort, was los ist, was rausgeht, was reingeht. Und das ist schon eine tolle Sache, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, und hier sehen wir natürlich nicht mehr viel. Da ist der Elektrokasten. Da drunter sind ja die, die schon vorhanden in Super-BS gewesen. Hier ist der Hauptschalter nach wie vor. Dann haben wir hier noch einmal die ganzen Solarplatten. Solar links, solar rechts und so weiter. Da haben wir noch ein paar Sicherungen verbaut. Alles schön, sauber, ordentlich, dass das halt einfach wieder fit ist, schön ausschaut und alles richtig seinen Platz hat. Und so gehört es dann auch. Und da, glaube ich, wird er richtig viel Spaß haben. Ja, soviel zu dem Fahrzeug. Fertiggestellt. War richtig schön. Also ich glaube, da hat der Kunde auch richtig Spaß an dem Auto. Und ja, morgen früh wird es abgeholt. Und jetzt schauen wir mal noch geschwind rein, wie es in der Werkstatt war. Da haben wir schon angefangen zum Rausmachen. Hier kriegt er eine neue Lithium-Batterie rein. Hier machen wir natürlich auch die ganzen Kabel hier anders machen, weil da habe ich auch schon wieder ein paar so spezielle Sachen gesehen, wo wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir natürlich unbedingt ändern. Hier sieht man die Kabel in der Geschichte. Seht ihr, da sind die teilweise schon richtig abgerissen und kein Schrumpfschlauch drauf. Und ja, das machen wir natürlich alles schick, so wie sie das gehört. Dann habe ich hier den Plus-Pool runter gemacht. Hier war schon, hier seht ihr, da ist alles locker. Da sind die Kabel schon wieder locker. Das ist auch scheiße. Das müssen wir auch anders machen. Und halt überall, aber hier sieht man es. Das verstehe ich mir nicht. Schauen wir mal, das ist hier alles abgerissen. Die kann ich alle hochtun. Da sind die ganzen Litzen weg. Ich weiß jetzt nicht, das ist der Wahnsinn vom Quetschen oder Abisolieren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Verliere ich ja einen ganz schönen, großen... Schauen wir mal, wie viel das das sind. Also seht ihr das, wie viel das das hier sind? Also da verliere ich ja ganz schön vom Kabelquerschnitt. Also das, naja. Egal, das müssen wir neu machen. Das müssen wir dementsprechend anständig verbauen. Auch hier sind wieder mal Listerklemmen drin. Auch die haue ich alle raus, weil Listerklemmen im Auto, sorry, geht gar nicht. Die machen wir weg. Da machen wir schöne Vagos rein. Vertraten das Ganze alles ein bisschen anders. Wenn gut, so eine Dose kann man da reinsetzen. Alles gut. Aber das wird dann, wenn wir fertig sind, ein bisschen anders ausschauen. Weil das gefällt mir hier nicht. Das werde ich dann dementsprechend alles abändern. Und dann kommt eben ein WCS-Lithium-Akku rein. Dann kommt hier ein WCS-Wechselrichter rein. Keine Kombi, sondern ein reiner Wechselrichter, den wir hier verbauen. Natürlich auch mit Display. Wo bauen wir den hin? Jetzt hoffe ich, wir sehen das. Da haben wir hier, weil es ist schon ein wenig dunkel, haben wir hier ein schönes Fach gefunden. Da passt er schön rein. Da sind wir auch gleich hinter dem Elektrokasten. Da machen wir uns ein schönes Zwischenbrett. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich es drin habe. Da nehme ich euch morgen mit und da bauen wir den rein. Wir machen natürlich eine schöne Netzumschaltung, damit der Kunde auch entsprechend alle Steckdosen nutzen kann. Das ist auch etwas, was ich immer öfter sehe, was mich auch immer wundert, dass Wechselrichter verbaut sind, wo nur eine Steckdose geht. Also das wundert mich. Also sowas finde ich nicht schön. Und ja, dann haben wir hier die Stecker rausgezogen. Hier wird mit Stecker gearbeitet. Das finde ich auch speziell. Da ist hier, seht ihr den Kasten? Da sind die ganzen Steckdosen drin. Dann ist hier der Anschluss für die Stromversorgung. Und dann steckt man halt einfach hier die Stecker in die Steckdose. Und das ist dann die Versorgung. Also einmal Kühlschrank und hier die Einspeisung. Also das finde ich auch schon ein bisschen abenteuerlich. Aber abenteuerlicher finde ich halt wieder das hier. Wenn man das hier vorfindet, das ist dann schon alles serienmäßig. Ist schon toll. Also als Elektriker schüttelt es da ein. Aber gut. Kein Problem. Wir machen das dann alles ein bisschen schick. Und verklemmen das alles ein bisschen anständig. Und verbauen da eben den Wechselrichter. Der steht hier quer. Weil wir haben da hinten natürlich noch ein Auto stehen. Jetzt gehen wir hier mal rum. Genau. Hier steht noch ein Gerüst. Weil dann machen wir gerade die Lampen weiter. Und hier haben wir noch ein Chanson stehen. Den verbauen wir auch. Oder den bauen wir natürlich auch gerade. Da haben wir auch ein bisschen was zu tun. In dem Fahrzeug. Weil auch dieses Fahrzeug bekommt einen Wechselrichter. Bei dem Fahrzeug machen wir hier außen eine Wasser- und eine Gassteckdose hin. Bei dem Fahrzeug verbauen wir eine zweite Lithium-Batterie. Eine Super B. Die sind hier unterm Sitz. Dann positionieren wir den Booster anders. Weil der war hier nicht wirklich sichtbar. Warum nehmen wir Super B? Weil der Kunde natürlich schon Super B hatte. Kann man natürlich nur mit Super B ergänzen. Die war noch relativ neu. Ich habe die, die dazukommt, auch relativ zeitig bestellt. Sodass wir noch in dem Zyklus sind, dass man das tun kann. Super B sagt bis zum halben Jahr. Sprich da kein Problem dagegen. Und wir gucken jetzt einmal, wie das dann auch funktioniert. Aber haben wir ja bei dem Carthago, wo wir gerade gesehen haben, auch gemacht. Der hatte ja auch schon zwei Super B. Haben nochmal zwei dazugemacht. Wenn man das im richtigen Zeitrahmen macht, dann driften die auch nicht so weiter auseinander. Und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Und das gleiche machen wir jetzt hier. Wichtig halt auch wieder aufpassen, Kabelquerschnitte und bla bla bla. Haben wir ja schon alles gehabt. Und dann haben wir hier gleich dahinter in dem Fach, genau, auch hier. Da bauen wir jetzt auch wieder den Wechselrichter rein. Mit Netzumschaltung natürlich. Und der wird hier drin sauber verbaut. Aber ja, ich weiß, es ist ein geschlossenes Fach. Natürlich geben wir den Wechselrichter viel Luft. Indem wir hier komplett aufmachen, wo dann dementsprechend hier die Lüfter hinkommen. Und da wird dann ein sauberes Lüftungsgitter eingesetzt. Oder wir lassen uns noch irgendwas Spezielles einfallen, sodass jedenfalls der richtig schön Luft kriegt und richtig atmen kann, damit die Leistung da nicht beeinträchtigt ist. Und das Gerät dann abschaltet, welche Überhitzung oder so weiter. Und dann platzieren wir auch den Batteriecomputer um, weil den hat er schon. Aber ja, der wurde hier montiert. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Hat den Kunden auch nicht so gefallen. Und das ändern wir natürlich ab. Da haben wir da so ein Brett davor. Das müssen wir alles ein bisschen schicker machen. Der Computer kommt natürlich hier über die Tür, sprich seitlich von der Tür. Hier sind die ganzen Instrumente. Mit dem Kunden haben wir besprochen, dass wir das eine Display hier machen und das vom Wechselrichter daneben. Dass das alles schön ist. Und dann haben wir noch besprochen, dass wir den einen Router da oben nach außen setzen. Der gehört dann da oben hin. Das werden wir auch noch umsetzen. Und damit das alles wieder besser zu bedienen ist, hat er gesagt. Das gefällt mir. Gefällt mir dann einfach ein Stück weit besser. Ist auch dann schöner. Also das schaut auch wieder schöner aus. Also ja, hier haben wir damit dann auch schon ganz schön viel zu tun. Außendusche. Und ja, da haben wir dann auch richtig Action. Der wird aber auch, das sage ich jetzt einmal grob, Mitte der Woche. Nächste Woche muss er fertig sein. Dann starten wir schon das nächste Großprojekt. Da kriegen wir dann einen Kastenwagen rein. Der kriegt richtig, richtig viel. Unter anderem haben wir dann noch einmal ein PLA drüben stehen. Da müssen wir ein paar Kleinigkeiten machen dazu. Ja, und so haben wir unsere Woche wieder ganz schön voll. Und ihr seht, wir haben hier immer zwei Stellplätze. Und wenn es mal kleinere Fahrzeuge sind, auch drei. Kastenwagen passen auf alle Fälle drei rein. Und da arbeiten wir dann immerhin zwei Teams. Und ja, dass da was vorwärts geht. Und die Woche hat ein Kollege Urlaub gehabt. Und ja, so ist es. Aber nichtsdestotrotz sind wir gut dabei. Und das Auto werde ich morgen machen. Und da mache ich dann auch nochmal ein kleines Video drüber. Und nehme euch natürlich wieder mit. Das haben wir wieder alles gemacht in der Werkstatt. Ich finde alles top. Der Carthago ist richtig gut. Also tolle Sache. Vor allen Dingen der Solarertrag. Was jetzt durch die neuen Platten, zusätzlichen Platten da runterkommt. Ich glaube, da wird der Kunde richtig Spaß haben. Also das haben wir gut ausgerechnet. Das funktioniert richtig gut. Und ich glaube auch, dass das echt zu der Autarkie eine ganze Menge dazu bringt. Dann haben wir natürlich hinten den Ahorn und den Chanson, wo jeweils ein Wechselrichter kriegt. Und der eine, der Ahorn, kriegt ja einen WCS-Lithium-Akku. Ja, warum bin ich so auf WCS-Geräte? Ich muss immer wieder sagen, diese WCS-Geräte vom Götz sind einfach brachial gut. Und ist wirklich aller allerbeste. Und da muss ich einfach sagen, da gibt es in Deutschland keinen zweiten Hersteller, der das so tut, ist die Serviceleistung. Die Serviceleistung heißt, ich habe fünf Jahre Garantie. Aber nicht nur fünf Jahre Garantie, sondern eine fünf Jahre lange Austauschgarantie. Das heißt, wenn dieses Gerät, Solarregler, Ladebooster, Wechselrichter, einen Defekt hat, einen Fehler hat, kommt ihr hierher zu mir. Ich baue euch das Ganze aus, baue euch das neue Gerät ein und ihr fahrt am selben Tag wieder vom Hof. Natürlich auch im Begriffen der Lithium-Akkus. Das ist eben das Schöne an diesen Geräten. Ich kann einen Service bieten, den ich mit keinem anderen Hersteller bieten kann. Und da kann kein, Entschuldigung, egal welchen Hersteller, ich nenne jetzt wirklich keine Namen, ob das die blauen Geräte sind, ob das die silbernen Geräte sind, ob das die, es ist wurscht. Die haben zwar auch fünf Jahre Garantie, ja, das stimmt, aber das ist eine andere Fünfjahresgarantie. Die fünf Jahre Garantie erstrecken sich über Ausbauen, Einschicken. Und aktuell, wenn man einschickt, leider Gottes, teilweise bis zu vier, sechs, acht, zehn Wochen, bis man das Gerät wieder zurückbekommt. Und das ist eben leider der Mist. Das ist kein Service. Ich verstehe unter fünf Jahre Garantie was anderes, weil das Problem ist ja, bei den meisten Wohnmobilisten taucht das Problem dann auf, wenn das Fahrzeug hergerichtet wird und ich in Urlaub fahren will. Ja, was habe ich dann? Die Kacke am Dampfen. Entschuldigung. Denn wenn ich da feststelle, der Booster geht nicht, der Akku geht nicht oder der Solaregler haut nicht hin oder was auch immer, dann habe ich ein echtes Problem, weil wenn ich dann zum Händler fahre oder in die Werkstatt fahre, lass das Teil ausbauen, weil ja fünf Jahre Garantie. Der sagt mir aber dann brühwarm, ja du, ich schicke dir das jetzt mal ein und mir egal, wo du hinfährst, fahr mal. Ich wünsche dir viel Spaß, aber der Wechselrichter oder der Solaregler, das bleibt mal hier, kann dir unter Umständen einen ganzen Urlaub wegdonnern, weil man weiß ja nicht, welchen Urlaub, das man plant hat, wenn ich autark stehen will und das und das Gerät brauche, geht nicht. Und das ist halt einfach das Tolle bei den WCS-Geräten und darum bin ich da eben so hartnäckig und nein, ich bin kein Verwandter von Götz und ich bin kein Bezahlter von Götz und ich bin kein irgendwas von Götz, sondern ich bin einfach nur Kunden- und Serviceorientiert und da muss ich wirklich sagen, das ist eben einfach der Hammer, was die Firma WCS da aufgestellt hat. In der Kategorie diesen Service zu bieten, ist einmalig und jetzt geht es gar nicht um die Technik der Geräte, die finde ich auch einmalig ist, aber das lassen wir jetzt einfach mal zweitrangig. Heute geht es mir wirklich nur mal um die alleinige Serviceleistung und wir sind ein Kleinbetrieb. Ich habe zwei Reparaturwerkstätten, zwei Plätze für zwei Reparaturautos beziehungsweise Umrüstfahrzeuge. Ich habe einen kleinen Laden, wir sind nicht groß, wir machen keine Millionen Umsatz. Ich lebe von Stammkunden und von zufriedenen Kunden und das ist alles, was ich kann. Und ich lebe nicht von der Laufkundschaft und darum ist es wirklich wichtig, dass wir jeden einzelnen Kunden hier gut bedienen, so gut wie es nur geht und versuchen glücklich zu machen und eben dem bestmöglichsten Service bieten. Und das kann ich eben nur mit so einer Firma, die den Background bietet und den Hintergrund mir gibt, dass ich diesen Service bieten kann. Und davon bin ich einfach mega überzeugt. Ja, und so machen wir auch nächste Woche weiter. Nächste Woche haben wir einen Kastenwagen, ein tolles Projekt, aber ich labere schon wieder viel zu viel. Ich will euch nicht langweilen. Wir schauen uns das einfach nächste Woche miteinander an und da freue ich mich schon wieder richtig drauf. Und ihr habt am Anfang gehört, ich gehe nochmal hin, ich erinnere nochmal an Flutopfer. Eine Woche läuft die ganze Sache noch. Ich blende die Kontonummer mit ein und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal ein bisschen nachlegen. Ich freue mich unwahrscheinlich drüber. Und ja, in dem Sinn freue ich mich über eure Kommentare, was ihr über den Service denkt. Ich freue mich über ein Like, über einen Daumen nach hoch, genauso wie über ein Abo. und ich sage ganz lieben Dank. Ein wunderschönes Wochenende für euch. Bleibt gesund. Bis bald. Grüße aus Dingesbühl. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.